Servuse, ich bin wie immer der Serax und dieses Video wird mit Release des Teasers gelöscht, weil die Zahl 1000 schon wichtig ist. Die lange Version findet ihr über End- und Infocard. Machen wir es hier kurz. Das 1K-Video-Special, das die Vorgeschichte zu Frustrax und den Start in die neue Kanal-Ära sein wird, kommt an meinem 10-jährigen Jubiläum. Also wenn das älteste Video von mir am 7.12.2012 genau 10 Jahre alt wird, der Release ist also am 7.12.2022, um 18 Uhr an einem Mittwoch. Der Teaser kommt somit am 30. November, wie geplant genau eine Woche vor dem großen Release. Der neue Kanal-Trailer kommt mit 1K online. Monster Best of, ja anders kann man das nicht mehr betiteln, und das Making-of der ganzen Aktion kommt etwas später als 1000 Zehntes und 1011 Video. Hier soll ein neuer Standard gesetzt werden. Frustrax soll diesem Niveau sich von Folge zu Folge immer weiter annähern, irgendwann mal diesen sogar überbieten. Ich hoffe, dass nichts meinem Ziel derart im Weg steht, dass ich diesen festen Termin einhalten kann, und tue alles, um das zu erreichen. Mehr Infos bekommt ihr bei der längeren Version. Darin spreche und zeige ich deutlich mehr über die Produktion und die Probleme, die erst zu dieser massiven Verschiebung führten. Klickt gerne darauf, es ist halt doch deutlich größer als ursprünglich geplant. Bin halt irre, aber ich bin stolz auf das. Haut rein, ciao ciao und auf Wiedersehen.